Hallo und Willkommen zu diesem Teamspeak 3 Video Tutorial. Ich werde dir zeigen, wie du Teamspeak 3 auf deinen Computer installierst und wie das Programm funktioniert. Wie die Installation nutze ich Windows mit Firefox. Auf Webbrowsern wie Internet Explorer oder Safari könnte es etwas anders aussehen, doch es müsste in etwa herrgleich sein. Was wir nun als allererstes tun müssen, ist auf www.teamspeak.com gehen, auf diesen Download-Reiter klicken. Die sollte nun die Download-Seite für die verschiedenen Betriebssysteme eröffnen. Wenn du dir nicht sicher bist, welchen Klient du laden solltest, probiere als erstes die 32-Bit-Variante. Sobald du den Klient ausgewählt hast, gelangst du auf die Teamspeak Endbenutzer-Lizenzvertragsseite. Scrolle nun bis ganz nach unten, klicke auf Ich bin einverstanden und speichere die Datei. Sobald es fertig geladen ist, doppelklicke auf dem Teamspeak 3-Icon in dieser Downloads-Liste. Nachdem es geladen hat, sollte so ein Teamspeak 3-Installationsassistent auftauchen, um die Installation zu beginnen. Klicke dich nun einfach durch. Sobald fertig, schließt alle Fenster bis auf dein Desktop gelangst. Dort solltest du eine Teamspeak 3-Verknüpfung finden. Doppelklicke darauf, um das Programm zu starten. Es erscheint ein Setup-Assistent, welches sich durch Schritte führt, um ein neues Profil zur Benutzung zu erstellen. Gebe einen Namen ein, den du für Teamspeak nutzen möchtest. Als nächstes solltest du einen sogenannten Hotkey auf deiner Tastatur zu weisen. Dieser Hotkey ist eine Taste auf deiner Tastatur, die dein Mikrofon aktiviert. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, Sprachaktivierungen auszuwählen, welche dein Mikrofon beim Hineinsprechen automatisch aktiviert. Es ist wichtig zu wissen, dass mehrere gleichzeitig aktivierte Mikrofone zu Echo- oder Feedback-Schleifen führen können, welche sich zu sehr störenden Klangüberlagerungen aufbauen können. Setze die Markierung auf Push-to-Talk und drücke auf die daneben liegende Taste. Jetzt drücke irgendeine Taste auf deiner Tastatur, die du als Hotkey nutzen möchtest. Und wir drücken auf Weiter. In diesem Schritt kannst du dein Mikrofon testen. Drücke dein Hotkey und spreche ins Mikrofon. Wenn dein Mikrofon funktioniert, sollte so ein Balken in der Levelmeter-Skala auftauchen. Versuche nun so laut in dein Mikro zu sprechen, dass der Balken möglichst genau auf Null steht. Wenn du fertig bist, klicke auf Weiter und wähle dir, falls gewünscht, ein Hotkey zum deaktivieren der Lautsprecher. Klicke anschließend auf Abschließen. Gehe nun auf Verbindungen und dann auf Verbinden. Gebe nun die Serveradresse ein. Die aktuellen Serverdaten solltest du in der Videobeschreibung finden. Sobald du alles richtig eingegeben hast, drücke auf Verbinden. Bei erfolgreichen Verbinden zum Server solltest du ein ähnliches Layout wie dieses hier sehen. Auf der linken Seite solltest du nun diese Liste mit Channels sehen. Um Channels zu minimieren oder maximieren, kannst du auf diese kleinen Plus-Minus-Kästchen hier klicken. Um einen Raum zu betreten, klicke einfach auf diesen Titel-Banner oder auf den Icon. Unten müsste dann ein neuer Tab erscheinen, der dir anzeigt, in welchem Raum du dich gerade befindest. Hier befindet sich auch die Text-Chat-Funktion. Es sollte dir klar sein, dass dich nur Leute im gleichen Raum hören, ansprechen oder anschreiben können. Und nun zu den grundlegenden Funktionen, die nützlich sein können. Falls du diese aktivierst, werden sie dann auch für andere neben deinen Namen sichtbar. Der Abwesen-Status-Knopf, wenn du mal vom Computer gehen musst. Der Mikrofon-Stummschalten-Knopf, welches die Kommunikation über die Stimme deaktiviert. Und der Lautsprecher-Stummschalten-Knopf, um die Stimmkommunikation von anderen Benutzern zu deaktivieren. Meldungen können ausgeschaltet werden, indem du auf Einstellungen, Optionen, Meldungen und in diesem Soundpack Dropdown-Menü Sounds deaktivated auswählst. Ein Klick auf OK, um die Einstellung zu speichern. Ein Benutzer hat mir soeben eine private Nachricht geschickt. Die gesamte Textkommunikation wird unten angezeigt. Private Textunthaltungen sind für andere Benutzer nicht sichtbar und können zum Kontaktieren von Benutzern genutzt werden, die sich in anderen Räumen aufhalten. Wenn du einen Benutzer als Freund markieren möchtest, finde seine Position im Server. Rechtsklick auf seinen Namen und dann ein Klick auf als Freund markieren. Deine Kontakte werden im Server immer grün markiert. Mir wurde eine neue Textnachricht geschickt. Um sie einzusehen, klicke ich auf den blinkenden Tab. Ich werde ihm per Voice-Chat antworten, indem ich während ich spreche, den Stimmen-Hotkey halte. Gerne, lieber TeamSpeak-User. Wenn du den Hotkey drückst, sollte das Lämmchen neben deinen Namen aufleuchten. Dies zeigt an, dass dein Mikrofon aktiv ist. Wenn du jetzt in dein Mikrofon hineinsprichst, solltest du zu hören sein. Falls das Lämmchen beim Drücken der Hotkey-Taste nicht aufleuchtet, gehe auf Einstellungen und Setup Wizard, um die Schritte zum Einstellen eines neuen Hotkeys zu wiederholen. Um deine Kontaktliste aufzurufen, klicke auf das Kontaktlisten-Icon. Dies öffnet ein Fenster, in dem du siehst, wem du als Freund markiert hast, wo er sich befindet und ob er online ist. Dies sind die Grundlagen von TeamSpeak 3. Sollten irgendwelche Probleme auftreten oder solltest du noch irgendwelche Fragen haben, schreibe mir einfach einen Comment unter dieses Video. Oder schreib mir eine E-Mail. Ich hoffe, dass wir uns bald im Zeitgeist-Movement-Server hören. Ciao!